Das Buch ist ja nicht umsonst meiner Jugend in Spandau gewidmet. Also eine Siedlung in dem Buch zum Beispiel ist eigentlich eins zu eins die Siedlung, in der ich groß geworden bin und auch wie die Leute da sind oder wie desinteressiert sie auch sind aneinander und dann haben die Figuren ein Eigenleben entwickelt und Dinge mir gezeigt oder Möglichkeiten mir aufgezeigt, wie sie reagieren oder was sie tun werden, auf die ich sonst vielleicht gar nicht so gekommen wäre. Ich habe zwei Jahre mit einer Lektorin meiner Wahl, einer Freundin von mir, mit der ich schon in meinem Tromik-Verlag gearbeitet habe, zusammengearbeitet und dann haben wir das Ganze einem Verlagslektor nochmal gegeben, der für Rechtschreibung und Logik zuständig war. Da mussten wir dann, das war sehr interessant, weil der natürlich ganz jung, jungfräulich das Buch gelesen hat und hat gesagt, na, meinst du das ernst, Bela, ist das wirklich so? Einige Sachen sind dann aus dem Buch geflogen, andere Sachen habe ich dann verteidigt und auch wie ich jetzt auch auf die Lesung merke und dass das richtig war. Und dann gab es auf jeden Fall, dann wurde die Fahne erstellt und die wurde dann Testlesern gegeben und dann hat der Verlagslektor, weil er so einen Spaß hatte, hat sich da auch nochmal eine Fahne geben lassen, auch nochmal dran gearbeitet und die Lektorin und ich, also fünf Leute haben da dann kurz vor Weihnachten nochmal das ganze Buch durchgeforstet und mir fallen aber immer noch kleine Fehler auf. Eine Lesereise zum Beispiel verglichen mit einer Konzertreise ist so im Ablauf, bis es dann zur Lesung kommt, relativ ähnlich. Ja, also ich habe auch einen Soundcheck und dann Catering oder Tratering, super, was auch immer, sie haben schon wieder den falschen Wodka in den Kühlschrank gestellt, keine Ahnung und dann gehst du auf die Bühne und Publikum johlt und schreit, Bela, Bela, super und dann sind sie ganz still und hören nur zu, wie du vorliest und das ist natürlich was völlig anderes und aber es ist natürlich auch zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich meine eigenen, meine eigenen Sachen vorlese, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Im Moment versuche ich wirklich das alles noch zu fassen, auch diesen wahnsinnigen Anklang, mit denen das Buch bekommen hat und wie gut das gerade läuft, das ist für mich gerade noch gar nicht so begreifbar. Weil in meinem Buch einfach, das kann ich versprechen, da sind so viele Ideen und so viele Sachen drin, dass jeder sich da drin wiederfinden kann. Es ist nicht Tante Agnes, die ihren totgeglaubten Adoptivsohn wieder trifft, sondern es sind Tante Agnes und ihre 25 Altersheim-Freundinnen, die den Adoptivsohn und seine gesamte Football-Mannschaft wieder treffen. In Gütersloh, durchaus, Gütersloh ist eine tolle, tolle Stadt, würde ich fast sagen. Ne, ich kann es auf jeden Fall vorstellen, ich habe tatsächlich sehr, sehr gute Freunde aus Gütersloh und wenn alle Menschen so sind wie die beiden, mit denen ich da, wie die drei, oder vier sogar, mit denen ich da befreundet bin, dann muss ich da unbedingt mal lesen. Ich weiß nicht, ich habe da, glaube ich, schon mal gespielt, ich bin mir aber nicht sicher.